Die Regionalliga West, alle Spiele nur bei Sporttotal. Wird präsentiert von Schau ins Land, Reisen. Und bei den aktuellen Ergebnissen funktioniert das auch. Schalke stößt an in weiß und blauen Hosen von links nach rechts. Paderborn komplett in schwarz von rechts nach links. Das ist eine Gelegenheit, die wollen die Spieler alle nutzen. Umschaltbewegung jetzt bei Paderborn. Ball für Bravo Sanchez aber zu ungenau. Brandt bekommt den nochmal, Bravo Sanchez. Und der Ball landet im Strafraum 1 zu 0 nach dem Abschluss von Joel Vega Zambrano. Da steht die Hintermannschaft des FC Schalke 04 nicht sattelfest. Der Ball landet über Umwege irgendwie bei Zambrano. Der fackelt in Slane und netzt den Ball ein zum frühen Feuerungstreffer des SC Paderborn. Die Leistungskurve hat in den letzten Wochen ja ein bisschen nach oben gezeigt. Aber auch Rückstände gab es in dieser Saison schon das ein oder andere Mal. Guter Ball wieder in die Tiefe und Platz für Brandt, der den Ball direkt nimmt. Gute Parade aber auch von Justin Ekerin. Gute Parade. Gute Parade. Der kommt gut. Kopfball aber nicht fest genug. Und wenn das hier ein bisschen schneller geht, dann ist der Ball auch bei Zambrano. Also da war ja meiner Meinung nach schon fast zu zögerlich. Gut gemacht jetzt hier und viel Raum für die Schalker. Abschlussmöglichkeit, aber Marouane Balouk scheitert an Arne Schulz. Schön hier, da hat sich Van der Sloot gut bewegt und kann jetzt die Flanke bringen. Und schön auf Kozuki und Kozuki macht den Ausgleich 1 zu 1. Ein perfekt rausgespieltes Tor, da hat diesmal die Hintermannschaft des SC Paderborn komplett gepennt. Kozuki damit viel zu viel Platz und die erste Kopfballgelegenheit im Strafraum der Gastgeber führt zum Ausgleich in der 27. Minute. Oh, leichter Stockfehler da und der Abschluss aus der achten Reihe, der ist auch direkt drin. 2 zu 1. Und jetzt hervorragendes Auge von Soichiro Kozuki da, der den Ballgewinn von Paul Pöpperl direkt nutzt. Hat das Auge, sieht das. Arne Schulz ein Ticken zu weit vor seinem Kasten steht und der Schlenzer perfekt ins lange Eck. So darf er sich bei Kaparos bedanken, dass er das unnötig mit dem Foul klärt. Bald schon wieder im Spiel. Bravo Sanchez, Kopfball Floto. Und dann einen halben Meter am langen Pfosten vorbei. Technisch fast alles sehr sauber. Das ist hier mal einer der wenigen Fehlpässe der Schalker. Und jetzt mal Raum und Abschlussmöglichkeit aus der zweiten Reihe. Naurin Kurda durch die Beine von Malik Talabidi. Nimmt Tonje mit. Ball immer noch heiß. Krasnitschi. Krasnitschi! Ball noch abgefälscht. Der wurde dann ganz gefährlich durch Kevin Krumme. Aber Tonje dann ein bisschen zu hektisch. Oh gut, da ball in den Rückraum und Platz für Bokake. Aber am Ende eine leichte Aufgabe für Arne Schulz. Guter Ball da. Bilogrovic mit Ruhe. Die Flanke rutscht durch. Auf der Gegenseite Stamm. Stamm schießt. Tor 2 zu 2. Ausgleichs durch den Joker. David Stamm. Egalisiert die Führung des FC Schalke 04. Und auch hier wieder die Frage, was sich die Hintermannschaft des FC Schalke 04 gedacht hat. Denn alle irgendwie ein bisschen desillusioniert durch die Gegend geschaut. Ball rutscht durch. Der Erste kriegt ihn nicht. Floto kriegt ihn nicht. Stamm hat dann sehr viel Zeit, bis er attackiert wird. Und macht es dann ganz cool in die lange Ecke. Jetzt Platz wieder für Stamm. Stamm noch mal im 16er. Und eine Riesenparade von Justin Hilkerin. Der hier verhindert, dass David Stamm die Partie erneut umdreht. Gibt es hier noch mal eine Gelegenheit für die Gastgeber vielleicht. Schalke. Schalke noch mal vor dem Tor. Krasnicki vergibt die Riesengelegenheit zum Siegtreffer. Da muss er mehr draus machen. Und dann dürfte die Partie jetzt vorbei sein. Henrich Schröder pfeift ab. 2 zu 2 trennen sich der SC Paderborn und der FC Schalke 04 in einem sehr, sehr interessanten Regionalligaspiel. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Alles gut.